Wir sind hinten in der Garage immer noch Rennt einer? Ne Ich hör's aber auch Aber wir sind's nicht Hier kam einer reingrannt alter Wie von der Tarantel gesprochen Geilo Ne, hä? Ne, wir sind am versunkenen Dorf Kann ich nur ein Stück brennen Kein Problem Brennen kann ich gut in dem Spiel Besser als schießen Sollts nicht wegrennen, ist das Rennen Kommt ihr? Macht eine Hektik Na ja, Zeit ist gell Eigentlich wollte ich es gerade sagen Gibt's hier mal irgendwas? Ne Ne, sieht immer so aus Ja, ja Hier sind wir letztens schon aufs Dorf zugerannt Wo der Beute mich weggepumpt hat Ja Aber heute hat er ja keine Granaten mit, oder? Doch, aber die machen nicht so viel Aua Die machen nur das Auge blind Ach so, ah, ist gut Aber dann wirf sie am besten, wenn wir in den Kampf gehen, wirf die genau vor uns hin Mats hat hier vorne übrigens ein geheimes Däch Oh, ein Dorf ist Action Auch genau vor uns hin Ja Wusstest du doch, dass ich jetzt endlich meine Waffe verliere So lange ging es gut Schauen wir mal kurz in den EBU Oh ja Arsch einsalten Wichtige Lektion Mach schon Mal doch mal eine Pille hier Wer geht vor, ich habe Angst Ich Oh, da vorne Alter, das ist ruhig Action Aber schießt mich nicht wieder tot, Jungs Was, weil ich vorne bin Du läufst diens am Wasser lang, ne, vor uns Ja Gut Ey, da läuft einer am Wasser, schau eine Granate In Beutel Ach so Das war ein Schwarz Ey, macht mir jetzt nicht so einen Stress, ich bin hier schon im Feindgebiet Während ihr euch da hinten noch die Eier krault Das ist was übrig Ich bin froh, wenn von mir was übrig bleibt Nachdem sie mit mir fertig sind Oh Ich gebe mal hier meinen Sniper gefisch Was lauscht Eine Mine Mhm Da ist einer Wo? Genau vor uns gewesen Auf der Straße Aber schweiß mich auf das Gev, Schatou Alter Das ist Gev und ich habe wieder vorbeigeschossen, ich Idiot Alter Matze, deine Knarre ist so laut Ja Irgendwitz krass Ich geh ein Stück weiter vor Ich bin an dem roten Stromgenerator oder was es ist Roter Stromgenerator Hier ist so ein Stromding An dem Halshaus Ja, also an der Halsstelle Da Ich steh hinter dir im Gebüsch Ich steh rechts, ne Am Halshaus? Ja, so in etwa Ne, ich bin am Halshaus, Saru Ja, aber auch nicht Ich seh dich schon mal mit deiner blauen Mütze Habe ich mir nicht Ibo reingepfiffen? Warum sieht das Sonst sieht das doch immer so kontrastreich aus Ja, doch habe ich Ja, aber auch nicht Der war doch gerade Action Na eben Oder war das hinten an der Sägemühle? Ja Ja, das war schon hier, oder? Hätte ich auch gedacht Naja Ich geh rein In welches? Okay In das, wo ich gerade stand Ich seh dich nicht Ich bin im Haus In deiner Blockhütte In deiner Blockhütte Ah, in meiner Blockhütte ist er Ja, sorry Ich wusste nicht, wie ich es beschreiben soll Einfach beutelig Glockhütter Nicht wundern Ich komme jetzt auch Ich hoppe rüber Ich komme rein gerannt Dann geh ich mal rüber in meine Blockhütte Genau Dann geh ich mal hinter in eine Garage Verreden wir es da hier Hast du hier vorne den Loot? Kennst du, ne? Was? Hier außen im Garten Ja, in der Kiste Umgedreht Wo meist Stoff drin liegt Der trockenen Scheiß So ist hier keiner, ey Wir haben doch hier was gehört Ich versteh es nicht Keine Ahnung Ich komme raus Ich bin hinten in der Garage immer noch Rennt einer? Ne Ich schaue es aber auch Was? Ich schaue es auch Aber wir sind es nicht Hier kam einer rein gerannt, Alter Wie von der Tarantel gesprochen Hast du ihn erschossen? Ne, noch nicht Ach, ich habe es auch gehört In welchem Haus bist du denn, Matze? In meinem Haus Da drüben über der Straße Okay Kommen wir jetzt Benji, ich bin hinter dir Ich habe ihn Sehr geil Hat er gemacht Heute will looten, du steckst aus Kommt ihr? Sollen wir rüberkommen? Seid ihr das? Wir rennen hier rum Ach ja Au! Von hinten Leute Au! Der ist oben in dem Haus 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 Der steht genau vor dem Fenster Was? In meinem Haus? Ne In dem mit dem zweiten Mit der zweiten Etage Achso In das was ich nicht gerne reingehe Benji, hi dich Bei uns das Nachbarhaus sozusagen Also ich bin mir nicht sicher Aber ich glaube der ist da oben drin Das kam auf jeden Fall aus der Richtung Schwein, Penner Ich sehe aber keine Bewegung oben Vielleicht ist der auch irgendwie hinterm Haus gewesen Auf jeden Fall ist kein Scaf Das war ein Spieler Das kann doch sein, dass er vor dem Hand oben geschossen hat Hangenhuhn, ey wie viel Munition hat denn da hiermit Wo bist du Beutel? Ich bin hier äh am Ärger Ah, jetzt seht ich Das war ein Scaf Okay Ich behalte das Haus im Auge Äh, ich trink Marza, hast du den? Ich trink mal einen Schluck Marza, hast du den? Ne Hast du... Okay Ist ein Scaf Ich geh durch die Garage Beutel, ja? Ich geh durch die Garage Ich geh durch die Garage Ah, der hat... der stand in der Garage Beutel Garage Ich hab mal verordnen, schaff ich Soll ich mit rüber kommen? Soll ich mit rüber kommen? Also der ist in der Garage Wirf da einfach eine Granate rein, oder? Ne, der rennt jetzt hier in der Hütte rum Marza, kommst du mit rüber? Ja, warte, ich muss mir noch einen Arsch einsalmen Hast du irgendwas automatisches? Ne Boah, ich ärgere mich, dass ich meine Taschenhand nicht an hätte Boah Wo bist du Beutel? Ich steh ja an der Garage Vorne, also... Ja, da steh ich Seht dich? Ihr seid hier irgendwo in der Küche drin Was da drin, in der Hütte? Ja, also eigentlich müsste einer So eine Granate reingeworfen Ja Nächste Granate Ich seh ihn nicht Der ist bestimmt oben Ja, der ist oben Ja, der ist oben Ich hab jetzt keine Granate mehr Misten? Ich mochte nicht Ja, der kriecht oben rum Ja, der kriecht über mir rum Boah, der hat mich Scheiße, ich wusste es Ich wusste es, dass das jetzt passiert Ich hab ihm einen Headshot verpasst Kannst du meine M1 mitnehmen? Obwohl... Wo liegst du? Obwohl, ne Ne Die ist ja versichert Keise Keise War so klar Deswegen sollte man nicht übermütig werden Warte mal Ist noch einer Ich bin Ich bin Warte mal Ich bin Warte mal Ach, diese scheiß Schrotmunition. Oh, die Knastel, ja? Oh, die Knastel. 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 Oh, die Knastel.